Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Heute spielen wir einen super Box-BVP und es gibt hier ganz viele verschiedene Halloween-Sachen, Freunde. Man kann hier ein Zombie werden, ein Geist werden und all die ganzen Sachen. Es gibt, glaube ich, über 100 verschiedene Fähigkeiten. Und, Jungs, ihr dürft euch immer eins von drei aussuchen, aber warum ist das so dunkel auf einmal, Freunde? Ich habe das gerade getestet, aber... Oh, du weißt gar nicht, was für eine super Fähigkeit ich habe, André. Oha, ich habe 300 Sterne, das heißt, wir haben die Maps schon mal gezockt, Freunde. Aber das war ganz am Anfang, da waren nur 20 Fähigkeiten, jetzt haben wir über 100. Okay, ah, es ist aber heller geworden, das passt. Hä? Ja, Mann, du hast dieses Ding. Schießt mich mal an, oder man? Nein. Ich habe Angst vor dir. Schießt noch. Warte kurz, warte kurz. Hast du Angst? Das war echt unkrieg. Und jetzt? In einer Sekunde ist er bei dir. Wie er snitcht. Diese Ruhe. Wie viel Schaden willst du noch kassieren? Guck nicht, Bro. Ich war Joker. Ich habe mir zweimal 120 gegeben oder so. Ich heiße Heath Ledger, Bro. Kennst du den von Jokers? Boah, ich dachte, mein Bildschirm wäre kaputt, aber Licht scheint drauf. Ich dachte, da wäre ein Riss drin. Ich wollte fast weinen gerade. Aber ja, kenne ich. Das Problem ist nur. Das Problem? Das Problem ist nur. Ich habe jetzt Black Screen und höre die ganze Zeit diese Loser-Dance-Musik. Ich glaube, das ist auch super. Okay. So, meine war nicht so geil. Meine war, wenn ich angeschossen werde, mache ich mehr Schaden. Bringt aber nichts, wenn ich fast One-Shot bin. Äh... Oh, das ist gut. Uuuhh, das ist gut. Ich habe ein krasses. Ich habe auch ein... Ich nehme das. Ey, wir haben hier... Guck mal hier, kurz. Guck mal hier. Psst. Ja. Das ist aber immer so schnell, dass man das nicht gucken kann. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Boah, ich kann euch durch die Wand... Ich schieße geradeaus, er macht so. Einfach Stern in alle Richtungen, Bro. Wer hat das aber erfunden? Also, wer dachte sich, komm, wir machen das so, dass man mit Controller das immer trifft, aber wenn man mit PC spielt, schießt er in alle Richtungen. Das war so ein Mitarbeiter bei Fortnite. Ich meine, ich kann das verstehen, Freunde, weil das gleicht ein bisschen dieses Controller-Ding aus. Weil es, also, wenn wir ehrlich sind, es spielen ganz wenig Leute am PC und die meisten Spieler am Controller. Remote to throw you. Danke, dass du sagst, Bro. Danke, dass du sagst. Ist mir auch egal. Aber ich werde nie ein Freund von Bloom werden, Freunde, weil es einfach ein Randomizer ist, ob man trifft oder nicht. Aber was können jetzt Bloom dafür? Junge, du bist eine Blume. Wow, was hast du gelesen? Wow, nein, 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 nein. Das ist mein Gesicht, Bro. Chill. Ich habe die Chill. Och, nee, Dicki. Junge, hast du nichts anderes zu tun? Sei mal ehrlich, Bro. Ja, ja, ja. Das gibt doch nicht ohne Mann immer den Win, Digga. Du bist wie eine Banane, Bro. Das passt zu dir. Ich bin ja, hä? Ich bin doch eine, hä? Hä? Ja, jetzt wirst du auseinandergenommen. Du kannst nichts dagegen machen. Doch, werde ich nicht. Guck. Ich kann ihn aufhalten. Hier, siehst du? Ja, richtig gut aufgehalten, Bro. Wo ist er denn? Ja, weißt du nicht. Das ist das Ding. Woher weiß ich das Ding? Aber warum bist du auf mich zugekommen? Kann ich deine Banane reingucken? Du rushst mich. Was soll ich sonst machen? Mich wegbauen? Auf Brexit-Basis? Einfach immer weglaufen? Nicht mein Ding, Digga. Wenn du kommst, fetzt ich mich. PvP. Aber du weißt, Odoman ist der, der am Ende sagt, ich schlafe in ihren Noobs. Guck mal, ich habe gewonnen ihren Noobs. Und du schenkst ihnen den Win. Das verstehe ich nicht. Aber jetzt hat jeder einen Win. Nein. Wann habe ich gewonnen, Digga? In welcher Realität? Im Herzen bist du der Sieger. On the Breaks wird nie dazulernen. Aber egal. Burn players when dealing damage. Oh, das ist krass. Nämlich natürlich nicht, damit ihr nicht wisst, was ich genommen habe. Aber ich muss es ja immer vorlesen, weil sonst sehen die Leute das nicht so richtig. Weil bei euch ist es natürlich relativ klein, deswegen, ich lese es einfach vor, ist mir egal. Aber geht es auch auf Gebäude? Nein. Was war das für ein Kackfähigkeit? Das war einfach auf Kerbiz. Ja. Burnst du? Ja? Hä, wieso burnst du? Ich wollte Spitzer tun. Aber es macht drei Schaden oder so, das bringt ja gar nichts. Hä? Ich sehe aber die Schadenszahlen nicht. Wieso burn ich? Weil ich Mr. Burns bin. Burns? Hört eh auf, bevor es bei mir ist. Oh. Aber was war das? Also deine Attacke könnte vielleicht stark sein mit mehreren Leuten, aber zu dritt bringt sie gar nichts. Safe. Würde sie durchgehend fliegen, kann man damit pressuren so, aber so ist das Rad auf jeden Fall viel krasser. Das will ich unbedingt nochmal spielen, Freunde. Okay. So. Ich weiß nicht, was ich habe. Äh, oh, okay, okay, okay. Hä? Freeze mal, du Lutscher, Junge. Ja, hä? Hupen wir nicht, Junge. Nein, ich habe nicht getroffen. Daddy, bitte. Bitte. André, wir lieben uns doch. Heil dich. Komm, heil dich. Wir machen ein faires Duell. Okay, wir machen ein faires Duell. Lass mich kurz heilen. Warte. Heil dich. Warte, lass mich kurz heilen. Er ist nicht fair, André. Er ist nicht fair. Gott, er ist fair. Er lehnt nach. Es ist nicht fair, was er machen wird, André. Nein, ich habe nicht getroffen. Er hat daneben geschossen. Oh, mein Gott. Ja, jetzt. Ey, okay, das ist unfair. Ich kann ja nicht mal schießen. Festhalten ist okay, aber ich konnte nicht mal schießen. Hä? Okay, wir haben wieder die OP-Dings. Ah, alles gut. Sie weiß mich noch von letztes Mal. Ich habe mich wie ein Eis, Bro. Wie ein Eis habe ich dich abgelutscht. Ja, das würdest du gerne machen. Nein. Nein. Doch. Sei ehrlich. Wir sind im Cut, jetzt darfst du ehrlich sein. Nein, ich will nicht. Dann auch willst du. Okay, so, nächste Runde. Junge, diese Dunkelheit, die bedrückt mich irgendwie in der Loppe. Irgendwie, irgendwie schon. Uh, super speed. Okay. Gut, dass du sagst, was du bist. Super speed. Ich lese immer alle drei vor. Ich mache Code 5, 5, 5, 3 mal, 4 mal. Nein, ich bin stuck. Ja, besser ist. tschüss. Power holen, Freunde. Da bin ich gespannt, ob wir das, diese Runde noch hinbekommen. Wie viele Sterne habt ihr? Ich habe... Ich habe 440. Ja, easy. Ich habe 90. Ah, ich habe leider nichts. Äh, nee, ich auch nicht. Ich habe 260. Okay, ich habe etwas Cooles bekommen. Das ist auch lila. Also, glaube ich, ist es ein bisschen stärker als das Blaue. Was machst du da? Sag ich nicht. Guck mal, du gehst jetzt auf mich und dann heißt es, warum... Oha, er ist Naruto einfach. Aber warum stirbt der nicht, Bro? Weil ich Schatten-Doppelgänger habe. Ja, aber ich kann... Hast du dich wieder voll geheilt? Oder wieso hat Odomann mich gewonshottet? Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja, er hat einfach unendlich Leben, Digga. Guck mal, er hat sich... Hast du dich geheilt gerade? Ja. Aber, Freunde, ich verstehe es nicht. Irgendwie hat man mehr Leben oder so? Ich kapiere es nicht. Weil ich verteile zweimal 100 Pumpgun und kill niemanden. So. Oh. Okay, okay, okay. Oh, ihr habt verloren. Ich habe etwas ganz Craziges. Ich habe etwas auch Craziges. Okay. Aber, Freunde, ich mache jetzt mal ernst. Wollte ein bisschen spannend machen, aber. So. Bist du blind? Ja. Hast du nichts getan danach? Ich habe mich hier geschossen. Hast du Schaden gekriegt? Guck mal, Odomann. André, hast du Schaden gekriegt, als du auf mich geschossen hast? Ja, ja, ein bisschen. 40 habe ich bekommen. Guck mal, Odomann. Ja. Oh nein. Mit? Oh nein, ich sehe nichts. Hä? 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 Ich sehe nichts. Hä? Jungen, kenne mich doch mal jetzt endlich. Siehst du echt nichts? Nein. Ich sehe was. Kenne mich was. Oh nein. Komm jetzt, Junge. Oh no. You lost. Halloween. Oh ne, er hat immer auch diese Dings Er darf sich damit nicht treffen Ey, die bringt hier nix Hier ist mein Gebiet, Junge Ey, das war so Die hat nix gebracht in dem Gebiet Ja, ich wollte gerade sagen Wir waren in meinem Territorium, Junge Okay, also Demon ist auch strong, Freunde Man kriegt sozusagen zwei Leben Aber nur, wenn man stirbt Also im Fight selber bringt es nix Aber warst du blind? Ja, war ich Man hat nur so ein kleines Loch gesehen So ein bisschen Okay Aha Oh Oh mein Gott, was ich bekommen habe Was ich bekommen habe, Digga Ihr wollt nicht wissen Ich erzähl auch nicht Ihr wollt nicht wissen, was ich bekommen habe, Jungs Ihr wollt wissen, was ich bekommen habe Ich sag euch ehrlich Muckt nicht gegen mich Muckt nicht gegen mich Wo seid ihr? Oha Hast du Schaden gekriegt? Einer ist Dings, Digga Kakashi oder so Junge, kann ich bitte einmal was treffen? Ich hab Angst Yo Jemand ist Hä? Wo sind meine Waffen? Wo sind meine Waffen? Was willst du, Bro? Nein Oha Nein Was machst du jetzt, Bro? Oho Oho Ey, aber dieses Explosive ist ja auch geil, Digga Das ist cool Du kannst dich selbst explodieren lassen bei Bomben Aber macht es selber Schaden oder nicht? Ne, macht nicht Schaden Okay, das ist strong So, next one Oha Oh, ausstark Okay, ich nehm den Ich nehm den Ich hab Odomann genommen Okay Der nennt sich Stinky Oh, Stinky Ja Hab Stinky in der Hose Digga, wer ist dieser Stinky? Hä? Oh, chill, chill Woher hat der Lippenstucko? Ich bin fast tot Woher war? Ja, ja, ja Was hat der? Elektroschock Ja, aber wieso trifft das mich? Er trifft, er schießt man nicht Man schießt nicht auf mich Das ist Chain Lightning, Bro, was er hat Ich hab Mythische bekommen Er hat Mythische, Bro Junge Chain Lightning? Also, weil Odomann getroffen wurde, wurde ich getroffen Ja, hast du auch Damage bekommen Äh, das ist ja übel broken Das ist bodenlos Okay, Stinky ist Müll Also, den braucht man nicht nehmen, Jungs Sag ich euch ehrlich Okay, ich will jetzt auch eine Mythische haben Bitte Oh, nein Ich hab was Geiles Ich glaub, ich hab was Geiles Oh, okay Ich hab auch was Gutes Aber nicht unbedingt Oh, ich kann mir für 500 gleich was kaufen Sagt mal Bescheid Wenn ihr auch 500 habt Dann machen wir eine Mythische Runde Ja Aber ey, diese Mythische hab ich nicht gekauft, ne? Ne, ne Kriegt man glaub ich auch so einfach Ey, Bro, Chip Weiß dich Er hat mich gebissen einfach Er hat mich gebiffen Gebiffen Was ich an Fortnite nicht mehr so feierfreunde Es lohnt sich nicht mehr auf AR zu switchen Man bleibt einfach auf Pumpgun Das ist das, was ich nicht in meinen Kopf reinkriege Kannst du bitte noch 1 Sekunden warten? Bitte? Du musst das sehen Ja, Zombie, ne? Du hast Zombie, ne? Was willst du jetzt machen? Dich beißen Ja! Er kann durch die Wand beißen Nein! Oh mein Gott Heavy OP ist das denn? Ökrank Okay, das ist crazy Ich hab zum Glück Leben zurückbekommen, wenn ich schieße Das hat mich, glaub ich, gerettet Weil ich hatte nur noch 30 Leben oder so Nach dem Beißen Und ich war full life, Digga Das ist ja crazy Okay Wie viele habt ihr? Sterne? 330 Oh! Ich hab ein Mythic Power bekommen, Jungs Mythic Ohr ehrenlos Okay Ich weiß nicht genau Was es ist Aber es klingt sehr krass Sehr, sehr krass Nur ich weiß nicht genau, wie ich das aktivier Das ist meine Mythic Power Das ist meine Mythic Power Ich muss euch jagen Zehn Sekunden verstecken Verstecken? Ja, versteckt euch Oh mein Gott Oh mein Gott Okay, das ist cool, Freunde Versteckt Meine Waffen nix So Der erste von euch ist Breakfast Ich weiß ungefähr, wo er ist Er läuft die ganze Zeit im Kreis Hä? Er war irgendwo hier Der erste ist übel dunkel Ich seh gar nichts Nein! Ja! Das ist so bodenlos Ja! Breakfast gewinnt Breakfast gewinnt Ich hab auf die Zeit gar nicht geachtet Oh mein Gott Oh, er hat überlebt sozusagen Jetzt wirst du trotzdem fighten Nein Nein Hey, ich hab hinter dir gebaut Oh mein Gott! Das ist nicht normal Das ist nicht normal Neomal Das ist nicht normal Ich wollte dich beschützen Ja, ja Ja, ja Sooo Reward Ich will das immer sagen Aber ich will das auch irgendwie nicht sagen Ich will das auch nicht sagen Aber ich sag es gleich Boah, ich hab so irre Okay, ich hab echt schlechte Sachen Aber ich hab immer noch 700 Sterne Ich muss mythisch gleich kaufen Also ich werde diese Runde gewinnen, Jungs Ey, lass das gleich so machen Ich kaufe ein mythisch Brakes ein mythisch Und immer pro Runde Jeder hat immer ein mythisch Er gibt halt nur Sterne, wenn du gewinnst Ne, also Ey, Digga Oh mein Gott! Hat er nicht Aber meine Superpower ist übel krass dafür, ne? Ja, bringt nichts Ich hab Superspeed Ich hab Superspeed Egal, ich hab Superspeed Ich bin unermal schnell Okay, verstecken, verstecken Das Ding ist Brakes kann uns sehen Wie, er kann uns sehen? Ja, er ist oben in der Mitte Er hat gesehen, wo du hinläufst Also bleib nicht einfach stehen Wenn er keinen findet Oh, er ist bei mir Nein! 15 Sekunden Oh mein Alles gut Ich bin versteckt Ich brauch deine Hilfe, Junge Was ist alles gut? Ich kann nicht Ich hab mich verloren Ja! Nein! Eine Sekunde noch Okay, und man Du musst ihn fetzen jetzt dafür Klatsch ihn, Junge Klatsch ihn Warum? Hä? Das ist die OP-ste Attacke, wie ich es gibt, Digga Mach doch noch L, dann Ich verliere einfach alles, Digga Das ist sofort los Das ist sofort los Das ist sofort los Okay, ich kaufe als erstes mythisch Ich hab gekauft Ich hab gekauft Jo, okay, 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 okay Das sieht nicht gut für euch aus, Jungs Ich sag euch ehrlich, ihr müsst 2 gegen 1 spielen, damit ihr gewinnen könnt Okay, dann machen wir das Willst du das wirklich, Andre? Wo ist der? Wo ist der? In welcher Box ist der? Guck mal kurz raus, Odoman Komm nicht zu mir, Bro Hä? 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 Oh mein Gott, ja, Digga Bro, ich bin Stuck Odoman war unter das Ding Stuck Odoman war unter der Treppe Stuck, das hat mich übel verwirrt Ey, das ist ja übel OP Ich zieh alle zu mir und ihr seid gefreezt Niemand kann was dagegen machen Okay, das ist krass Das ist geistkrank Okay, Odoman, du bist als nächstes dran Zeig mir deine mythische Power, ich bin gespannt Ich kann nicht kaufen Hast du immer noch keine 500? Junge, man muss gewinnen dafür, du Fettsack Achso Dann gewinn doch einfach, hä? Ich gewinn kurz, warte kurz Wie fährst du denn? Hat Bex schon 500? 390 390 390 Oh, ich hab so was mythisches bekommen Ja, ja, jetzt geht's los, Freddy's Yeah, yeah Okay, okay, okay Ich sag euch nicht, was ich hab, ihr werdet es gleich sehen Digga, du ehrenloser Du bist so ein ekliger Bro Was hat der? Aber Bex hat Counter gegen mich, ne? Schieß ruhig Bro, alles gut Warte ab, wenn mein Cooldown vorbei ist, um 10 Sekunden Fünf Vier Bin in deinem Kopf drinne Bro, ich bin in deinem Kopf In deinem Bananenschädel bin ich drinne Digga, ich bin so schlecht geworden, das ist unglaublich Hattest du auch teleportieren? Ja, aber mit Crouch Crouchen Crouchen und dann teleportierst du? Ja, aber nur nach vorne Achso, nur nach vorne, okay Ich hatte mit Fernbedienung, Buh Das war auch mythisch, glaub ich, oder legendär Auf jeden Fall überstark So, ich hab wieder 350 Sterne Ja, okay Ja, Bro, was ich denn machen, Digga Ich nehm den Ich nehm den Es muss sein, Freunde, es geht los Okay Hast du nur Müll oder Mann, oder was? Nö, ich hab was Gutes, aber ihr werdet auf jeden Fall verlieren Werden auf jeden Fall verlieren Wenn ihr nicht countern könnt Aber kann man, glaub ich nicht Kann man nicht? Ne Du kleiner Hund Du kleiner Hund Er hat mich gecountert Ich war im Abaktator Oh mein Gott Oh mein Gott Betzis Betzis, du bist tot Betzis Betzis Baby Betzis Oh mein Gott Nein! Ich bin tot, weil ich daneben Oh mein Gott Das ging durch Aber hätte mich das getroffen wäre Das Wollshot, Digga Okay, stark Eine Freeze-Pistole ist so OP, Digga Das ist so OP, Bro Was hattest du denn ohne Mann? Wir haben es dann nicht mitbekommen Ich hatte blind wieder Hätte ich dich blind gemacht, hättest du nicht ziehen können Ja doch, ich hätte Man sieht so ein kleines bisschen von Also, sieht man schon Das wäre trotzdem möglich gewesen Aber es ist schon OP Okay, Jungs, ich habe keine Ahnung wer führt Auf jeden Fall Wir machen jetzt letzte Runde entscheidend Okay, machen wir doch nicht Ich habe nur Müll Deal-Mod Also, guck mal, hier ist Liste 15 André, 11 Odoman und 2 Breaks Ja Ja Okay Also, ich habe was Gutes, aber es kann auch schlecht sein Wieso denn? Ich bin doch der Schlechteste Ja, aber Bro, du warst halt in meinem Visier Ich habe ein Multiplayer auf meinen Schaden, oder man? Okay, cool Das heißt, wenn ich dich jetzt treffe, mache ich immer mehr Ja Muss ich halt aber auch treffen, das Problem Ich mache jetzt 73 mit einem Auto-Shot Schnott Schnott Willst du? Äh, ist es da Und du kriegst jetzt noch mehr Schaden Du kriegst jetzt doch mehr Schaden Nein, ich hatte kein Healing mehr Viel Spaß beim Sound Nee, 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 nee Okay, die Runde zählt nicht, wir müssen noch eine machen Äh, ich nicht, ich habe gewonnen, Junge Nächster, ich habe gewonnen 450, Bro, ehrenlos Ohhhh Okay, okay, okay Okay? Ey, ich habe zwei Legendäre, aber ich habe das Epische genommen, weil das ist glaube ich Stronger Stronger Oh no Oh nein Warte mal, was ist das hier? Er hat Eispistole Habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht, Odoman, er lüge Hä? Habe ich nicht! Hey, Bro, chill, Daddy Alles gut Ich warte nur meinen Cooldown ab, Jungs Ihr könnt machen, was ihr wollt Das Gute ist, Freunde Ey, als du mich gezogen hast, jemand hat mich gezogen, ne? Ja, Odoman Meine Sicht hat sich komplett verändert jetzt Ja, sehr gut Ich bin im Stuhl! Ich war im Stuhl! Wer hat denn mich im Stuhl? Ich war im Stuhl! Ich war einfach im Stuhl Ey! Ey, ey! Oh mein Gott! Oh, Junge, Stuhl ist richtig OP, Dinger Das war knapp Das Ding ist Stuhl selber ist gar nicht so OP, Freunde Aber dieses Fenster, wo man sieht, wo jemand ist, ist richtig krass Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch sowas gefällt Und wir sehen uns morgen, bis dann Tschau!